Die Invasion in Europa, sie nimmt kein Ende. Hier sind die Bilder, die ihr nicht sehen sollt oder wenn ihr sie seht, dann sollt ihr geframed werden, dass es von 2015 ist. Ich habe den Beweis dafür, dass diese Bilder brandaktuell sind, von den letzten Tagen sozusagen. Und ich kann euch sagen, sie, die ihr alle gleich rennen seht, sie warten auf ihren Einflug nach Festland, Spanien. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich zeige euch am besten gleich mal, um was es hier geht. Sie singen, sie freuen sich. Fehlt nur noch die Uniform, würde ich sagen. Das ist in Gran Canaria. Das ist brandaktuell. Alle Faktenchecker schreiben unten drunter, dass es hier keine aktuellen Bilder wären, sondern dass die Aufnahmen von 2015 sind. Und dann zeige ich euch mal dieses Plakat hier hinten dran. Vom La Figaro. Und wenn wir da mal etwas nachstöbern bei diesem La Figaro, dann kommen wir hier dazu, dass das eine Aufführung ist am Freitag, nämlich in Gran Canaria im September. Das ist brandaktuell. Das Plakat, was ihr gesehen habt, ist für den 6. September für eine Aufführung. Und dort wird ein Schauspielstück aufgeführt in Gran Canaria. Und diese Plakatwerbung sieht man sehr präsent in diesem Video. Selbstverständlich könnte man das vermutlich auch mit KI faken bzw. hinein photoshoppen. Dennoch ist so ein Video auf den ersten Blick erstmal authentisch. Wir sind in Gran Canaria, habe ich eben schon erwähnt, eine kanarische Insel, die vor der afrikanischen Küste im Atlantischen Ozean liegt. Dorthin fahren jetzt die ganzen Schlepperboote, weil man dann einfach per Flugzeug direkt nach Festland Europa, nach Festland Spanien gebracht wird und dann weiter verteilt wird. Die Leute, die ihr eben habt, laufen sehen in diesem Video. Sie laufen nämlich zum Airport der Insel. Dort werden sie dann wirklich nämlich zeitnah mit Chartermaschinen teilweise dann nach Europa geflogen, um sie dann zu verteilen auf den ganzen Mitgliedsstaaten. Das ist es, was sie euch nicht zeigen wollen. Das ist das, was ihr nicht sehen sollt. Es geht den ganzen Tag weiter. Jeden Tag kommen Tausende, manchmal sogar mehrere Tausende auf diesem Wege an. Wenn ihr die Boote seht, wisst ihr auch ganz genau, dass die niemals von Festland Afrika bis nach Gran Canaria gefahren sind. Das sind teilweise einfache Holzkehne, mit denen wir heute nicht mal mehr auf einem Fluss Schifffahrt durchführen würden. Dennoch ist es hier wieder bezeichnet, dass die Faktenchecker noch nicht mal das Plakat identifizieren können. Das Ganze hat mich keine fünf Minuten Arbeit gekostet. Ich habe das Video gesehen in Twitter mit dem Hinweis, okay, das soll nicht echt sein, schrieb einer oben drüber. Ja, aber Moment, das Plakat ist ja aktuell. Da gibt es Tickets zu kaufen. Dann habe ich das geprüft. Dann habe ich das auf einer deutschen Auswandererseite für die Kanaren gesehen. Und dort war sogar der Link zum spanischen Ticketanbieter. Also ich kann euch sogar versichern, dass man genau dafür Tickets buchen kann, sogar mit Saalplan. Also haben wir hier wieder das Problem, was wir schon kennen. Es kommen täglich Neuankömmlinge und wir sind schon mit denen, die hier sind, völlig überfordert. Und sie wollen uns das noch immer verschweigen, dass hier im großen Stile eine Einwanderung betrieben wird. Manche würden sagen, eine Invasion. Ich würde sagen, das ist eine stille Eroberung eines Kontinents. Und wir hier im Westen, wir merken das nicht, beziehungsweise die Mehrheit merkt das nicht und denkt immer noch, dass sie auf dem Rücken der Menschlichkeit, beziehungsweise auf dem Ticket des Asyls oder des Wirtschaftsflüchtlings hier ankommen, um hier einfach nur ein besseres Leben zu suchen. Sie suchen mit Sicherheit auch ein besseres Leben, aber es geht hier auch um viel tiefgreifendere Dinge. Es hat schon Gründe gehabt, warum es Kreuzzüge gab, deren Ende bis heute fast angedauert hat, dass der Islam aus Europa ferngehalten wurde, zumindest in seiner weiten Verbreitung. Damals stand das Ganze natürlich unter Strafe. Heute sind wir da sehr liberal. Das Problem jetzt ist, wir werden quasi heimlich übernommen von einer anderen Religion. Und die Leute, sie wollen das natürlich nicht hören. Die sagen, die armen Muslime, die nur dreimal am Tag beten. Das Problem sind ja nicht die Muslime, wenn sie am Tag beten. Es gibt genug Christen, die auch von mir aus jeden Tag beten. Es werden zwar immer weniger, aber es gibt sie. Das Problem ist, dass man sie überhaupt nicht damit auseinandersetzt, warum unsere Vorfahren über 1000 Jahre lang gegen den islamischen, beziehungsweise muslimischen Einfluss in Europa gekämpft haben. Gekämpft haben mit Waffen, gekämpft haben mit Toten, mit Kriegen. Das kann ja nicht alles einfach nur gewesen sein, weil sie damals nicht so vielfältig im Kopf waren. Oder wie soll man das ausdrücken? Sondern das hat ja auch Beweggründe gehabt. Selbstverständlich waren die Christen auch groß mit dabei, wenn es darum ging, Blut zu vergießen. Im Namen des Glaubens auch mit dem Schwert und dem Pferd in den Krieg zu ziehen. Das will ich alles gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Dennoch, wir machen uns heute, ist in Europa sehr einfach. Wir sagen unter dem Deckmantel des Schutzstatuses, darf hier jeder kommen, darf hier alles machen. Und am Ende haben wir das Problem, dass wir nicht nur einen großen Teil der Gesellschaft Richtung Atheismus verloren haben, weil auch einfach die Wissenschaft sich ja durchsetzt. Die, umso mehr Wissenschaft es gibt, umso weniger Glaube am Ende gibt es. Da gibt es sogar statistische Untersuchungen, wie das zusammenhängt. Denn entweder glaubt man an Gott oder man ist wissenschaftlich von der Evolution überzeugt. Da gibt es dann eigentlich nur die zwei Positionen, wenn man das ganz krass runterbricht. Natürlich gibt es noch die Positionen in der Mitte. Ich bin auch eher der Naturwissenschaftler. Deswegen, wie gesagt, ich war sieben Jahre Messdiener und sage, das ist der größte Laden, den wir zumachen könnten. Vor allem der reichste Laden dieser Welt. Es ist die erfolgreichste Firmengründung gewesen, die Jesus Christus damals gemacht hat, einen Menschenfischerverein zu gründen. Und heute fischen sie noch Männchen. Inzwischen gibt es aber halt auch die muslimischen Gemeinschaften in ganz Europa, die es immer mehr für sich beanspruchen, ihren Ramadan öffentlich zu feiern, ihr Zuckerfest quasi öffentlich zu feiern, die darauf bestehen, dass man nicht mehr Weihnachtsmarkt sagt, sondern Wintermarkt. Und das ist eine schleichende Islamisierung Europas, die angeblich nicht stattfindet. Dabei wächst der Anteil der Muslime jedes Jahr Stück für Stück weiter nach oben. Ein Ende ist überhaupt nicht in Sicht. Es gibt Zukunftsprojektionen, die eine mag schlimm sein, die andere weniger schlimm. Dennoch, wir wissen aus vielen, vielen Ländern, dass es irgendwann einen kritischen Kipppunkt gibt. Und der ist weit unterhalb von 50 Prozent. Der ist weit darunter. Der ist sogar unter 25 Prozent. Und wenn die Muslime diesen Anteil in einer Gesellschaft haben, dann fangen Probleme an, die es zuvor hunderte Jahre nicht gegeben hat. Das sind so Dinge, wie Sie jetzt schon sehen, dass hier Diskussionen geführt werden, ob eine Frau denn Fahrzeuge führen darf, also einen Führerschein haben darf mit einer Vollverschleierung. Der Richter bis jetzt hat das abgelehnt mit der Begründung, sie können ja auch Bus und Bahn fahren. Sie sind nicht gezwungen, Auto zu fahren. Und Autofahren ist jetzt auch kein Grundrecht in dem Sinne, dass hier die Glaubensfreiheit über allem steht. Hier geht die Verkehrssicherheit zum Beispiel noch vor. Doch bei dir und mir, die Sicherheit von uns Kuffar, die geht natürlich nicht vor. Die wird wieder völlig ignoriert, negiert. Denn wir sind ja nur Ungläubige, denen gegen den Nacken geschlagen werden darf, sogar nach dem Koran. Uns soll man wirklich auch auf die Füße und auf die Finger schlagen, bis wir am Ende darum flehen, to surrender to Islam quasi, uns zu bekennen zu einem anderen Glauben. Viele sagen immer, ich sehe aus wie ein kleiner Moslem. Ich sage immer, das ist die beste Tarnung. Einfach zwei, drei Wochen nicht rasieren lassen und sagen Inschallah, Salam Aleikum und noch ein bisschen Farbe ins Gesicht. Und schon geht man da ganz einfach überall durch, als das, was man durchgehen möchte. Kleiner Witz am Rande. Das hier, das ist einfach eine Vereinfachung meines Tagesablaufs. Ich habe mich jahrelang jeden Tag rasiert. Ich finde das sehr nervig und ich bin nicht darauf angewiesen. Also entweder ihr akzeptiert das oder ihr schaltet weg. Ihr könnt ja deabonnieren, aber ne, kleiner Spaß am Rande. Im Moment ist es mit den Deabonnenten ziemlich in Ordnung auf diesem Kanal. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das Ganze hier? Die Bilder von Gran Canaria, hast du sie schon vorher gesehen irgendwo in den sozialen Netzwerken? Oder haben sie dir auch erzählt? Das sind alte Bilder. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Auf jeden Fall, die Tagesschau hat es nicht gebracht. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, auswandern mit Kopf ist wirklich was für jeden dabei. Für arm oder reich, für jung oder alt. Der Kanal für jeden, der es nicht mehr aushält in diesem Lande. Und wenn wir diese Bilder sehen, ist es nicht nur unser Land. Es ist sogar inzwischen fast der ganze Kontinent, der hier vor einer Invasion einknickt und dann irgendwann wach wird, wenn es vermutlich zu spät ist, einen unblutigen Weg der Dinge zu bestreiten. Damit, ciao, bis bald.